Hallo Schweriner, der Wahltag ist nicht mehr weit. Unbedingt am Sonntag hingegen. Holm wählen, ein Schweriner für Schwerin. Es ist wirklich wichtig. Jetzt habe ich von immer mehr Leuten gehört, dass sie ihre Wahlbenachrichtigung gar nicht mehr haben. Verlegt, weggeschmissen, beim ersten Wahlgang nicht zurückbekommen. Leute, gar kein Problem. Geht einfach in das Wahllokal, in das ihr sonst auch gegangen wärt. Nehmt euren Ausweis mit und dann steht ihr dort im Wählerverzeichnis und könnt euer Kreuzchen machen. Es ist wirklich wichtig. Geht hin, nehmt noch einen bisherigen Nichtwähler mit und dann klappt es auch mit der Sensation für Schwerin. Es ist ein kleiner Schritt für einen Schweriner, es ist aber ein großer, wichtiger Schritt für unsere Stadt. Macht mit!